Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs ausschneiden. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Schneidet aus. Schnitt aus. Hat ausgeschnitten. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich schneide aus. Du schneidest aus. Er schneidet aus. Wir schneiden aus. Ihr schneidet aus. Sie schneiden aus. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich schnitt aus. Du schnittst aus. Er schnitt aus. Wir schnitten aus. Ihr schnittet aus. Sie schnitten aus. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe aus. Ich habe ausgeschnitten. Ich habe ausgeschnitten. Du hast ausgeschnitten. Er hat ausgeschnitten. Wir haben ausgeschnitten. Wir haben ausgeschnitten. Ihr habt ausgeschnitten. Sie haben ausgeschnitten. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich schneide aus. Du schneidest aus. Er schneide aus. Wir schneiden aus. Ihr schneidet aus. Sie schneiden aus. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich schneide aus. Du schneidest aus. Er schneide aus. Wir schneiden aus. Ihr schneidet aus. Sie schneiden aus. Den Schluss macht der Imperativ. Schneide aus du. Du schneiden aus wir schneidet aus ihr schneiden aus sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb ausschneiden. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020